Jugend trainiert für Olympia auf hauptstaatsport.tv Letzter Tag bei Jugend trainiert für Olympia am Paralympics. Wir sind heute im Schulingunau, wo die letzten Rennen von den Ruderern ausgetragen werden. Das heißt Halbfinals und Finals. Also ab aufs Wasser. Ready Steady Row. Mit einem riesen Batzen guter Laune und hungrig nach dem Sieg starteten die bundesweit besten Schüler und Schülerinnen ihrer Altersklasse heute zum finalen Wettkampftag im Rudern. Vierer, Doppelvierer oder Achter. Wer bis hierhin gekommen war, wollte nichts mehr als das Gold endlich mit nach Hause nehmen zu können. Das ließ sich natürlich auch die deutsche Ruderjugend nicht entgehen. Also die Jugend trainiert ist für uns ganz wichtig, weil die Basis kommt aus dem Schul- oder viele Jugendliche, die auch vielleicht mal in Richtung nach oben wandern, Richtung Leistungssport, kommen sicherlich auch aus dem Schulrudern. Von daher ist gerade diese Schulsportveranstaltung für uns eine ganz wichtige. Und das zu Recht. Denn was hier geboten wurde, war ganz großer Sport. Eines der zuvor am meisten erwarteten Rennen des Tages war ohne Frage das Achterrennen der Jungen. In einem heiß umkämpften Finale A war es das Nesselgymnasium Minden, welches sich vor dem Ratsgymnasium Osnabrück den zweiten Platz sichern konnte. Der Sieger hieß, wie so oft am heutigen Tag, Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Medaillen, ganz genau kann ich das halt nicht sagen. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall erfolgreich waren und wir sind da schon ziemlich stolz drauf. Neben Potsdam waren es vor allem die Schulen aus Berlin, Hannover, Hamburg und Osnabrück, die sich heute die meisten Medaillen sichern konnten. Und natürlich wurden diese nicht von irgendjemand überreicht. Max Munski, seines Zeichens Vize-Olympiasieger mit dem Deutschlandachter 2016 in Rio, überreichte die Medaillen und verglich JTFO sogar mit seinen eigenen Wettkampferfahrungen. Ja, also ich bin ja heute erst angekommen und mit der Bahn gefahren und man sieht überall die Schüler mit den Jacken und den Pullovern der einzelnen Bundesländer und das hat schon so ein bisschen was. Also wenn man selber mal bei Olympia war, also ich hatte ja das Glück und da laufen dann halt Deutschland und England rum und es ist schon so aufgezogen, es ist halt deutlich kleiner, aber es hat irgendwie genauso den Charakter. Wir freuen uns gerade sehr, dass wir Jugend trainiert und nicht viel Achtercup gewonnen konnten. Toll, also es war wirklich ein erstaunliches Rennen. Wir waren Erster und da kann man sich einfach nur freuen. Der Zusammenhalt im Huddersport ist das Wichtigste, egal ob Erster, Zweiter, Dritter oder einfach nur teilgenommen. Das ist wunderbar und das lieben wir am Huddersport. Mit diesen schönen Wintern wechseln wir jetzt vom Wasser zum Golf auf den Rasen. Hier geht es nicht um Kraft und Ausdauer, sondern um Konzentration und Ruhe. Am Finaltag des Golfturniers endet das Wetterglück, das dem JTFO-Wettbewerb bislang so treu geblieben ist. Nach den Einzelspielen des ersten Tages liegen die Teams aus Baden-Württemberg vom Privatgymnasium St. Leon Roth und aus Niedersachsen vom Gymnasium Hitfeld-Seevetal in Front. Während für die Niedersachsen, bei denen gleich drei Spieler unter Paar bleiben, die homogeneren Ergebnisse stehen, haben die Süddeutschen mit der Bundeskaderspielerin Celina Sattelkau ein echtes Ass im Ärmel. Ja, wir sind ja ein bisschen hinten hinter Niedersachsen und wir wollen ein paar Schläge aufholen. Bisher hat es noch nicht so ganz geklappt, aber wir bleiben weiter dran und dann hoffe ich, dass wir das noch hinkriegen. Weil letztes Jahr haben wir auch gegen Niedersachsen verloren und dieses Jahr wollen wir uns revanchieren. Was aber definitiv schwer wird. Immerhin haben auch die Norddeutschen mit Lukas Dehmann einen Bundeskader im Team und liegen bereits sechs Schläge vorn. Und auch Lukas' Flight-Partner Finn Meinecke ist nicht zum Zuschauen nach Berlin gekommen. Ja klar, wir sind halt mit großen Ambitionen hierher gefahren und wollen das natürlich gerne wieder gewinnen. Nach dem ersten Spieltag ebenfalls noch gut im Rennen sind die Teams aus Bayern, Hamburg und Berlin. Und vielleicht geht ja zumindest für die Berliner von der Königin-Luise-Stiftung noch was. Die haben hier schließlich Heimvorteil. Also wir haben den Platz jetzt nicht zum ersten Mal gespielt bei der Proberunde, aber ich denke schon, da das Niveau hier sehr hoch ist, dass die Spieler sich einstellen können, wenn sie den Platz einmal gespielt haben. Also ich denke nicht, dass der Heimvorteil allzu groß ist. Eine realistische Einschätzung, wie sich zeigen soll. Die Berliner werden am Ende Sechste. Das Team aus Niedersachsen gewinnt souverän mit sechs Schlägen unter Paar und zehn vor Baden-Württemberg. Gefolgt von den Bayern, die sich Bronze sichern. Wir bleiben im Grünen. Jetzt geht's auf den grünen Rasen vom Fußball. Nur mit ordentlich Action. Wie in jedem Jahr stand auch beim diesjährigen Jungtrainiert für Olympia Herbstfinale das Fußballtenue auf dem Programm. Nach drei mitreißenden Tagen im Berliner Olympiapark standen die Endspiele in den Wettkampfklassen 2 und 3 an. Ein Schaulaufen der Fußballstars von morgen. Also ich glaube, wir haben immer wieder sogar auch Spieler, die dann mal in den U-Nationalmannschaften auftauchen. Also von daher auch bekannte Namen. Aber ich sage mal, wichtig ist uns auch die Förderung. Und von daher braucht es nicht nur eines U-Nationalspielers, ein guter Fußballer. Der tut's dann auch. Und dass es genug gute Fußballer gibt, konnte man im Finale der Wettkampfklasse 3 zwischen dem städtischen Theodor-Linden-Gymnasium München und dem Sportgymnasium Chemnitz eindrucksvoll sehen. In einem rasanten Spiel setzten sich die Bayern mit 4 zu 1 durch. Für Kapitän Brandon Montee eine eindeutige Sache. Also die Anfangsminuten waren sehr hektisch. Dann sind wir immer besser reingekommen, hatten gute Spielzüge. Dann haben wir halt gewonnen. Mit zahlreichen Jugend-Bundesligaspielern gespickten Schulmannschaften schenkten sich auf den Berliner Grünen keinen Zentimeter. Und so wurde Fußball geboten, den man sonst nur aus der Bundesliga kennt. Für die Trainer der Schüler stellte sich dabei besonders die Aufgabe, die Jungs aus den verschiedenen Vereinen zusammenzubringen. Es ist spannend und schwierig zugleich, weil wir in dieser Konstellation auch nie zusammentrainieren. Und da muss ich mich natürlich auf die Vereinsarbeit völlig verlassen, was taktische und technische Sachen angeht. Ich kann hier eigentlich hauptsächlich in dem Motivationsbereich arbeiten. Dass das ein Team wird, dass die ziehen, dass die wollen. Das haben wir geschafft. In der Fußball-Bundesliga ein Klassiker, bei JTFO eine sehr spannende Angelegenheit. Im Finale der Wettkampfklasse 2 standen sich die Schulen aus Bremen und München gegenüber. Auf taktisch höchstem Niveau zeigten die Jungprofis in einem heiß umkämpften Spiel, was man in Zukunft von ihnen erwarten kann. Nach 2x35 Minuten gingen auch hier die Münchner mit 2 zu 0 siegreich vom Platz. Für die bayerische Auswahl ein goldener Spätsommernachmittag. Ich bin jetzt eigentlich mit zum ersten Mal dabei. Und dann noch das Tor zu schießen ist ein unbeschreibliches Gefühl, würde ich mal sagen. Es hat sich umfassbar gut angefühlt. Wir haben am Anfang gut gespielt. Danach haben wir nach dem 1-0 uns weiter hinten reinfallen lassen, um das zu verteidigen. Und es war unglaublich. Für die Spieler aus Bayern gibt es also genug Gründe, sich bei der Abschlussfeier von JTFO redlich feiern zu lassen. Und vielleicht darf man dann dem ein oder anderen Spieler in Zukunft auch mal in der Bundesliga die Daumen drücken. Viele Medaillen wurden heute schon vergeben und direkt hinter mir läuft gerade das Finale vom Beachvolleyball. Aber seht einfach mal selbst rein. Nach fast drei intensiven Tagen bei Jugend trainiert für Olympia war es auch bei den Beachvolleyballern endlich Zeit für die Medaillenvergabe. Und diese Entscheidungen wollten sich auch die frisch gebackenen Beach-Europameisterinnen Julia Großner und Nadja Glenske natürlich nicht entgehen lassen. Und die ehemaligen JTFO-Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert von ihren Nachfolgern. Ja, also ich habe schon gefragt, wie alt sind die eigentlich, weil ich fand es schon sehr gut teilweise, was sie gezeigt haben. Es ist einfach toll, dass die Schüler hier einmal im Jahr so ein tolles Event mitmachen können und die Sportarten so in den Fokus rücken. Für die Schüler selbst ist so ein Bundesfinale auch ohne Edelmetall ein Höhepunkt in der Schullaufbahn. Also JTFO ist ein mega schönes Turnier so. Auch, dass man Schulen gegeneinander spielen kann. Man trifft auch manche Freunde aus dem Verein oder so wieder. Doch selbstverständlich geht es am Ende um Titel und Podiumsplätze. Schon das Spiel um Bronze war mehr als ein Vorgeschmack auf das Finale. Die Bremer Oberschule an der Ronzelenstraße und das Giebichenstein-Gymnasium Thomas Münzer aus Halle lieferten sich teilweise packende Ballwechsel. Letztlich hatten die Sachsen-Anhalter das bessere Ende für sich. Ich bin noch voll fertig. Also ich laufe jetzt 20 Jahre hinter einer Medaille hinterher. Das ist die erste. Das kann man nicht toppen. Das geht nicht besser. Ja, wir waren auch echt mega angespannt in dem Spiel gerade, weil wir wussten halt, wir müssen. Das Mix kann es auch schaffen und dann war es einfach unglaublich. Jetzt beim letzten Mal. Wir hätten nicht nochmal herfahren können. Deswegen war das unglaublich gerade. Karl-Humann-Gymnasium Essen gegen Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. So lautete das Endspiel. Und das stand dem kleinen Finale in nichts nach. Die Hauptstädter gingen dank eines 2 zu 0 Sieges bei den Jungen in Führung. Nachdem das Nordrhein-Westfälische Mixt in einem engen Match für den Ausgleich gesorgt hatte, musste das Mädchen doppelt die Entscheidung bringen. Auch hier ging es in den Tiebreak und nach einem verschlagenen Ball der Berlinerinnen brachen bei den Essenern alle Dämme. Auch für die Beach-Europameisterin Groß-Naglenzke ein verdienter Bundesliga. Ich freue mich, wenn das so spannend am Ende ist. Es war ja wirklich haarscharf. Die Mädchen durften das dann entscheiden. Und ja, tolles Spiel. Ich als Berlinerin hätte mir gewünscht, dass die Berliner gewinnt. Aber am Ende gewinnt halt der Bessere und Essen hat echt eine super Leistung gezeigt. Und vielleicht war da schon der eine oder andere dabei, der in die Fußstapfen der Profis treten kann. In jedem Fall waren die Finalspiele ein würdiger Schlusspunkt eines insgesamt hochklassigen Beachvolleyballturniers bei Jugendtrainiert für Olympia. Wir haben jetzt die Bundesliga vom Jugendtrainiert für Olympia hier. Wie fühlt es sich an gewonnen zu haben? Ganz schön cool. Ganz schön Hammer. Ein krasses Gefühl. Wie fühlt es sich an den entscheidenden Punkt zu machen? Ja, ganz schön geil. Also kann man gar nicht beschreiben. Man bekommt das gar nicht mit. Und danach denkt man erst, ich habe jetzt gewonnen. Und alle kommen aufs Feld. Und ja, man weiß gar nicht, was passiert. Das hört sich da schön an. Wollt ihr noch irgendjemanden grüßen? Ja, alle, die zu Hause sind. Also Schule und Verein, die alle nicht gedacht hätten, dass wir hier was gewinnen. Wir selbst auch nicht. Und ja, vor allem an Dizzy und Kai. Noch jemand? Ja, wir würden ja Bibi's Beauty Palace grüßen. Alles klar. Dankeschön. Das waren die letzten Wettbewerbe hier in Berlin beim Jugendtrainiert für Olympia. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei und ich hoffe, ihr schaltet ein. Musik